Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich will mal das heute in diesem Video etwas anders aufziehen als sonst. Weniger sprechen, mehr Bilder. Wenn wir uns mal vor Augen halten oder in Erinnerung rufen, was in dieser Woche in Europa los war, dann kann es einem Angst und Bange werden. Und zwar genau dann, wenn man nach den Bildern zu den Ereignissen sucht, die bei uns in den Mainstream-Medien nicht allzu viel und allzu breit berichtet worden sind. Ich habe das im Thumbnail, also in diesem Deckbild für dieses Video, Kurs Bürgerkrieg genannt. Und wenn man sich die Bilder anschaut, dann ist auch klar, was damit gemeint ist. In Frankreich gehen jetzt Feuerwehrleute und Polizei aufeinander los, und zwar mit Wasserwerfern und Molotow-Cocktails. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind also nicht Menschen aus der breiteren Gesellschaft, sondern einzelne Berufsgruppen. Die Feuerwehrleute, die kämpfen da für bessere Arbeitsbedingungen und die gehen da richtig aufeinander los. Hier sehen wir auch so ein Transparent bei einer Demonstration der Feuerwehrleute. Wir sehen hier Rauch und Straßenkämpfe teilweise, Blockaden der Polizei. Und wir haben hier zum Beispiel einen Twitter-Kommentar von einem Teilnehmer, der nennt sich Juri Sternburg, der schreibt, ich lese es kurz vor, Spätestens wenn die Polizei die Feuerwehr mit Wasser vertreibt und die Feuerwehr mit Bengalos antwortet, sollte doch auch der oder dem Letzten klar sein, wie absurd und real die brutalen Attacken auf legitime Proteste in ganz Europa sind. Was er damit meint, das werden wir gleich bei den nächsten Bildern noch sehen. Hier noch eine Szene, da bin ich nicht mehr ganz sicher, ob das in Paris oder in Toulouse war, aber die Bilder sprechen da wie gesagt für sich. Es fliegen da einfach Rauchbomben und es wird Wasser gespritzt und so weiter. Dann haben wir in Katalonien die großen Proteste gehabt, die halten ja auch noch an, nachdem die Verurteilung der Separatistenführer bekannt geworden war. Die haben ja teils langjährige Strafen bekommen für etwas, was ich für legitim halte. Aber das sei mal dahingestellt und die sind auch in der Nacht immer wieder in Gewalt ausgebrochen. Hier sehen wir auch Bilder davon. Das ist von einem spanischen Sender. Da sehen Sie die Polizisten stehen und dazwischen nur noch Rauch und schemenhaft Leute. Das sind Straßenkämpfe. Dann haben wir hier ein Bild vom Flughafen in Barcelona. Das stammt von El Pais. Da sieht man, was da los war. Die Leute sind da rein und haben den ganzen Flughafen stillgelegt und dann Szenen aus der Stadt. Das ist zwar ein bisschen gelbstichig, aber man sieht genau, was da für ein Auflauf war und der war ganz spontan. Und dann fragt man sich natürlich auch immer, wann kriegen die das in Deutschland eigentlich mal hin? Gründe genug haben wir auch, mal auf die Straße zu gehen. Dann haben wir noch gehabt oder haben noch wütende Bauern in den Niederlanden. Die sind da losgezogen und haben zum Beispiel, hier sieht man das Bild, der Aufmarsch sozusagen mit den Traktoren, wo sie zum Ort ihrer Tat geschritten sind oder gefahren sind in diesem Fall. Und die sind dann im Rathaus von Groningen aufmarschiert und haben mit einem, das erkenne ich vom Bild her nicht genau, wahrscheinlich mit dem Aufsatz auf einen Traktor oder sowas ähnliches, das Rathaus, die Tür dazu aufgebrochen. Und dann sieht man, wie das von innen verteidigt wird. So und hier auch nochmal ein Ausschnitt aus einer größeren Menschenmenge, also überwiegend Landwirte, die auch für bessere Bedingungen kämpfen. Und dann haben wir ja, das hätte ich vielleicht noch vorziehen können, aber ich habe es ja bewusst jetzt mal getrennt, die Gelbwesten, die immer noch in Frankreich aktiv sind. Die Medien tun bei uns so, als würde das ausklingen. Aber der Protest insgesamt ist auch leiser, schwächer geworden, aber er ist eben immer noch da. Ich habe hier auch ein Bild dazu rausgesucht aus Frankreich hier. Das ist, glaube ich, in Toulouse auch. Und dann haben wir ein weiteres Thema, die Extinction Rebellion, die radikalen Umweltaktivisten, die in dieser Woche sehr aktiv waren in vielen Städten und die zumindest teilweise blockiert haben. Hier ist ein Bild, das zeigt einen von denen, der in London auf eine S-Bahn hochgeklettert ist, aufs Dach. Und dann hat man ihn runtergezogen und ziemlich unsanft, weil die Londoner mit ihrer U-Bahn fahren wollten. Auch das ist so ein Aspekt, der länderübergreifend zu beobachten ist. Das ist durchaus nicht so, dass hier die moralisch Erhöhten und Guten für die gerechte Sache kämpfen und alle anderen schweigen, sondern dass unsere Städte blockiert werden für ein fragwürdiges Ziel, nämlich mit 3% CO2-Anteil an der Welt die Welt zu retten. Das leuchtet vielen nicht ein. Und darunter fragen sich auch einige, auch ich selbst, ob wir nicht das, was wir an technischem Wissen haben und an Innovationskraft nutzen sollten, um da mehr zu tun, als das, was Klimapakete erreichen können. Zumal, wenn sie ständig weiter aufgeweicht werden. Die Stuttgarter Zeitung hat neulich ein Stück gehabt, Explosionen des Volkszorns. Das bezog sich zwar auf die Gelbwesten in Frankreich und war auch so gemeint, dass man da abschließend mal die Bewegung bewertet oder analysiert. Und das ist auch tatsächlich das Wort Bilanz im Vorspann. Aber so ist es ja eben gerade nicht. Das geht weiter. Und wenn wir daran denken, dass in dieser Woche wegen des Einmarschs der türkischen Armee nach Syrien auch bei uns Straßenkämpfe losgebrochen sind zwischen Kurden und Türken und dass das durchaus noch größere Dimensionen annehmen kann und wird, dann weiß man, wie angespannt die Hutschnur der Menschen in Europa ist. Aus den unterschiedlichsten Gründen zwar, aber das ist vielleicht der eigentlich bedenkliche Punkt. Es gibt eben so viele Motive inzwischen, auf die Straße zu gehen und es steht eben auch sehr viel auf dem Spiel. Und wir haben da nicht das Ende der Fahnenstange gesehen. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Im Gegenteil.